Black Mamba Folierung Hier sind wir also bei Black Mamba Folierung in Burgkirchen. Zwischen München und Passau, ihre ersten Adresse, wenn es um Scheibentönung, Folierung oder Werbebeschriftungen in Premiumqualität geht. Heute soll ein grauer Land Rover Discovery zu einem brillant-weiß-metallikfarbenen Unikat foliert werden. Aber sehen Sie selbst. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0